hallo leute und herzlich willkommen zurück bei der radio genau wie viel herzen für jetzt noch ich habe 300 ok dann fehlen der wahrscheinlich noch fünf ja runter ja hier ist eine dinkende den ups die habe ich wohl erwischt die rechts ist wegen so ein kristall herz ja ich weiß nicht mehr Oh, ow. Oh, komm, stürme endlich. Du darfst nicht mehr leben, dauert noch ein Mininchen. Das Problem bei einem Honigke bewegt man sich nicht so schlecht. Ja. Gebt nicht das Gezehnte. Und jetzt ist er tot. Ja, kein Schwert. In der Biene. Also ich werde mal ein paar Sachen los, wie zum Beispiel das hier. So, also. Spinnnitz brauchen wir nicht, oder? Ähm, er sei denn, du möchtest beschwörlos sein. Dann kommt er raus, muss einigermaßen gutes craften. Leber. Pilze. Zinnerze, weg damit. Bietenstockstab. Äh, die Knie der Biene. Was bringt das? Kritische Trefferchance. Schnell. Sehr schwache Rückstoß. Heutzutage verwandelt sich in einen Handys. Okay. Ah, das ist ein Bogen. Oh. Ah, das ist ja das, was wir schon... Okay, so kann man sich auch bewegen. Ja. Sind das unendlich Bomben, oder? Nein, nein. Ich hatte nur ein paar mehr im Inventar. Und irgendwas. Ich habe aber noch ein Herz für dich. Oh, hier ist ein Spiegel für dich. Komm mal her. Komm mal gleich. Aber zuerst einmal... Komm mal, das soll herz. Ja. Und dann. Äh. Ebensteinblock. Dschungelgrassartefekt damit. Flammenpeitsche. Okay. Oh. Äh. Wo Spiegel? Äh. Ich habe sie gegeben. Dschungelgrassartefekt. Ja, ja. Und was bringt das? Äh. Das ist ein Dschungelrückruftrank. Nur unendlich. Cool. Jupp. Und jetzt noch mal ein Herz für dich. Ich nehme es mal mit. Wie viele Lebenskristalle benötigst du noch? Äh. Ich habe 320. Also noch vier. Okay. Drei Stück habe ich. Da oben war da noch einer. Oder hast du den schon genommen? Ja. Den habe ich schon genommen. Okay. Also fehlt dir noch einer dann sozusagen. Sieht so aus. Oh. Let's clear schon. Oh scheiße. Was ist passiert? Ich bin in die Lava rein. Oh. Die macht viel Damage aufpassen. Ja. So. Wo bist du? Ein bisschen weiter unten. Oh. Oh, Dornentrank. Oh, süß Trank. Jetzt sind wir schon relativ weit unten hier. Okay, hier warst du schon. Wie viel... Wie viel was? Wie viele Herzen hast du? Also... Ich bin voll. Meine Kristalle. Ja. Ich habe dabei zwei Stück. Okay. Eine blaue Vieh, was bringt die? Die würde ich wahrscheinlich wieder irgendwo hin... ...manövrieren wollen. Ah, ich habe hier nochmal eine Königin gefunden. Ich mach die mal schnell. Ja. Ich habe einen dritten Lebenskristall gefunden. Sehr gut. Ah, das ist ein Fall. Ja. Ich habe hier einen weiteren Kristall... äh, Spiegel meine ich. Ah, was? Ah, ich kriege da kein Schwert. Ja, damit. Oh, das ist alles in die Lava gefallen. Hm? Ich habe da noch eine Blut in Waren... Unten... Ach, ich war da. Oh, den brauch ich nicht... Oh. Ich will im Forscher Trank... Die Tantrank, verbesserte Rückstoß, Flammenfall, Platinwaren. Okay, was ist das? Die Startpfeile, Spinnnitz-Seil, Mist, ah verdammt. Und hier unten beginnt die Hölle, okay. Ein Legionär. So. So. Oh, mir fällt noch ein Herz. Was? Was ist das? Ich wollte es küssen. Auf Trank, ich habe keine Ruhe. Okay. Rosa Kleber, Fackeln. Also bloß jetzt keine Herzen mehr, oder? Noch ein Herz fehlt mir. Ah, jetzt noch, okay. Narrenpfeile. Okay. So. 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 Hast du dein Schwert gekriegt? Nee, noch nicht. Ach. Ach. Ach Ach. 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 warum hast du so viele fackeln gebaut weil ich die gerade eben bekommen habe und ich wieder platz im inventar wollte ich bin in der höhle dann ist ein herz dschungelspuren weg damit noch mal zurück so Oh, was? Der liegt... Ja, den Stock weg damit. Umloch dran, das ist gut, aber... Hä? So, was machen wir jetzt? Na ja, ich sag mal so, ich hab eh ein volles Winter. Also ich muss sowieso mal wieder zurückgehen. So, jetzt gehe ich zu Hause. Ja. Ich auch. Dafür nehme ich den Spiegel. Genau. So. So. Ah, verdammt. So, okay. Okay, den Block kann weg. Die Tür mal weg. Weg, weg. Ja, weg, weg. Weg. Harte. Ach, okay. Trank da. Seil. Brauchst du Seile? Ja, gib mal her. Was ist da hier? Dankeschön. Zombie-Banner. Ich glaube, hab ich sonst noch irgendwo welche... ...hingepackt von den Zeilen. Eigentlich hatte ich über 1000 Stück von den Zeilen, aber ich weiß nicht, wo ich die hin hatte. Okay. Irgendwo. Irgendwo. Ach, nee. Ich hab sogar 3000 Seile dabei. Ich bin dann zu blöd, um zu sehen, dass ich die da dabei hab. Naja. Okay. Wo sind die Tränke? Hast du die Tränke genommen? Tränke ist denn weiter rechts in der Kiste drin? Rechts. Ah, ja. Wir brauchen einen Rückruftrank. Nee, aber du brauchst nicht mehr. Du brauchst nur noch deinen Spiegel. Ah, ja. Stimmt. Gute Wurmtrank, oder wie das heißt? Wurmdachtrank, ja. Das ist das, um sich zu einem Maid zu bewegen. Teleportieren. Ein paar Wiederherstellungen. Entschuldigung. Unsichtbarkeitstrank. Magischer Trank. Trennt der Rückkehr. Ah, für hin und zurück. Okay. Wo bist du jetzt? Äh, ich tu beim Elevator die Seile platzieren. Okay. Ich schau mir mal die neuen Leute an, was sie anzubieten haben. Mach das. Mortimer, das ist ein gewöhnliches Geschäft. Hier. James. Schwarzer Faden. Klempner Hemd. Ah. Okay. Okay. Äh, das ist ein Quest-Typ. Also ich glaube, das ist der Fischer. Susanna. Ah, ja. Ingenieurshelm. Teleporter. Ist das etwas Sinnvolles? Was? Ein Teleporter. Äh, ich weiß nicht genau, wie die Dinger funktionieren. Ich hab die auch noch nie wirklich verwendet. Okay. Kabelglühbirne. Kabelglühbirne. So, dann geh ich mal. Äh. Ist das... Achina bot. Oh, ne Farbe. Farbe botig. Negativ Farbstoff. Oh. So ein Voodoo. Ah, das ist der Arzt. Springbrunnen und anderes Zeug. Okay. Tunnelkristalle. Genau, die Verteidigungsmedaillen. André, der verkauft Pistolen. Stefanau. Der verkauft Farbe. Die Triade. Verkauft irgendwelche Bücher. Und so weiter und so fort. Er verkauft. Okay. Er verkauft Sprengstoffe und anderes Zeug. Das Zeug. Dalek. Okay. Raketenschiefel. Die sind wichtig. Hast du welche? Nee, noch nicht. Die kosten 6 Gold und 60 Silber. Ja, sind wichtig. Damit kannst du richtig fliegen. So ist für kurze Zeit. Okay, soll ich kaufen? Natürlich. Lohnt sich. Tüftler-Werkbank. Ente Haken. Tüftler-Werkbank. Ja, brauchen wir. Und Werkzeuggürtel? Das musst du entscheiden, ob du das willst. Donnenball. Also, ich kaufe das hier. Tüftler-Werkbank. Ich platziere die Tüftler-Werkbank in der Nähe des Restes. Das ist noch wo? Ah. Oh. und wusste ich wie viel sprit in den in den Schiefeln sind. So funktioniert das nicht. Die werden sozusagen jedes Mal recharged, wenn du auf dem Boden aufkommst. Wie deine Wolke. Oder deinen Sturm. Keine Ahnung, was du nochmal genau in der Flasche hast. Okay. Gut. Weißt du schon, also was machen wir jetzt? Wollen wir weiter die Binnenkönigin jagen, oder? Ne. Ne. Jetzt erstmal schauen, ob ich irgendwelche Sachen von mir zusammencraften kann, was ich schon dabei habe. Ah ja, ich kann mir die Geisterschäle schon mal machen. Okay. Außerdem, ich werde mal die Tüftewerkbank nach unten stellen. Warum nach unten? Na ja, in die Nähe von den Kisten, wo auch die ganzen Sachen drin sind, die du mit der Tüftewerkbank zusammenfügen kannst. Weil, in dem Sinne kannst du nämlich dann schnell in die Kiste reinschauen und weißt du, was du alles zusammencraften kannst. Okay. Okay, gut. Äh, so gut. So. Äh, ich werde dann nochmal, weil ich eh schon die Seite platziert habe, die Zelle noch nach oben platzieren. Dass wir zu den Himmelsinseln sozusagen kommen. Oder zumindest schneller hinkommen. Und da oben zwar noch keine Plattform, aber naja. Wir waren hohen aus. Ja, das ist gut. Es könnte gleich sein, dass wir von der Seite beschossen werden, vor ein paar Harbchen. Okay. Ist es normal, dass es jetzt dunkel wird, oder ist es Abend? Ja, es ist normal. Okay. Solltest du auch merken, dass hier oben die Gravitation ein bisschen weniger ist. Einfach rüberspringen, oder wie? Naja, ich bin jetzt nur ein wenig rübersprungen, um zu schauen, ob da eine Insel ist, aber es ist scheinbar keine. Ich glaube, ich habe mich mit meinem Spiegel wieder nach unten teleportiert, dann kriegst du keinen Fallschaden. Ansonsten fadigst du wieder unten aufkommst. Ist ja aber auf der linken Seite, was ist. Warum? Was war das? Hast du runtergeschossen? Ja. Ah, ich dachte, wir werden dann gegriffen. Hm. Also direkt links scheint auch nichts zu sein. Oh, doch. Da links ist eine Insel gewesen. Wir müssen schauen, dass ich da jetzt irgendwie hinkomme. Bist du auch mal davon weggeflogen, oder? Uh, das war gerade sehr, sehr knapp. Mhm. Ich sag mal so, ich habe den Spiegel verwendet, wie ich auf der Insel draufgestanden bin. Also du bist auf der Insel? Nee, ich war auf der Insel. Ach, verdammt. Sonn vorbei. Ich sag mal. 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 Oh nein, ich war direkt an der Insel dran, ich hätte einen Block weiter links gebraucht. Dann hätte ich es tatsächlich gerade geschafft. Okay. Ah, so wieder. Sagst du so, wir könnten auch einfach einen Gravitationstrank trinken und dann bräuchte ich mir nicht mehr das Seil nach oben, weil wir dann einfach die Gravitation umdrehen können, aber naja. So. Oh, ich sehe gerade, wir sind schon bei 30 Minuten. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.